So, Stefan, jetzt zeig uns doch mal, wie der Hamburger Plan hier abläuft, jetzt ist es aber leider Berlin, was du da zeigst. Na, warte mal, die Uhrzeit ist ungünstig, weil da haben wir Ebbe. Aber zu der Uhrzeit, zu der Uhrzeit ist es ungünstig, hier auf den Plan zu gucken, ne? So, aber jetzt kriegen wir schon. Kriegen wir hin. Also wir fahren jetzt schon drei Stunden Berliner Ring. Haben so ein Mikro gefunden, wa? Oh, nette Menschen, da sitzen wir da. Schön winken! Ja, sehr schön. So, und der Stefan probiert mir schon seit drei Stunden zu erzählen, wie wir nach Hause kommen. Jörgstraße sind wir schon. Jörgstraße? Ja. Ja, dann fahren wir ja wieder zurück, du. Nein, jetzt fahren wir an, alter Bahnhof. Eigentlich wollten wir doch eine Backkassenrundfahrt machen. 100 Euro Eintritt, haben sie gesagt, die Gabel ist dabei, der Kuchenkopf. So haben sie uns das versprochen. Aber ich kümmer, was du für geile Fingerbewegungen da machst. Die sprechenden Finger. Und Stefan, Plan B oder Plan A? Wir sind völlig im ABC-Plan. Weil wir sind völlig auf die Strecke. Vielleicht schwimmen wir auch niemanden, der uns nach Hause bringt. Und nein. Nein. So weit gehen wir heute noch nicht. Ihr habt ja zu tun. Und wir fahren direkt bis vor dem Holmau. Ah. Elterhalsam. Was seid ihr? Elterhalsam. Elterhalsam. So seht ihr aber leider nicht aus. Kein bisschen. Nach ein Jahr, neun Monate, 43 Tage und 70 Sekunden hat sie von ihr gesagt. Elf Tage. Elf Tage. Na gut, aber habe ich gut behalten. Anhalter Bahnhof. Und an dem werden wir nicht anhalten. An dem Anhalter Bahnhof. Hier sitzt die Frau, die sonst die Fahrscheine kontrolliert. Die darf jetzt nichts mehr sagen. Oh nein. Außerdem kannst du dich nochmal so nach vorne bewegen. Krankenschwester. Warte, da steht Krankenschwester drauf. Die hast du ja eigentlich auch nötig, wa? So. Hier werden wir sagen, die Komik, er nimmt doch manchmal zum Ende. Hier, wir sind gerade in so einem bösen Bahnhof eingefahren. Kicken wir die alte Schrift vom Führer. Rechts, links, rechts, links. Hm. Ohne Fummelmucke. Hm. Das ist jetzt ein offener Kanal, oder was? Ach. So schön, wie das jetzt auch ist. So schön ist das auch, wenn es nicht mehr so ist, du. Na denn. Haut rein. Quick and dirty YouTube-Kanal. Wo ist das auch, wenn es nicht mehr so ist, du. So. Vielen Dank.